Musik Herzlich Willkommen in der Inselkirche in Langenhoek. Ich bin hier wieder mal Kurpastor und jedes Mal, wenn ich in diese Kirche komme, gucke ich hier vorne auf dieses Bild. Und heute möchte ich es einfach mal mit Ihnen zusammen angucken. Was sieht man eigentlich auf diesem schönen Bild? Beim ersten Blick fallen einem auf zwei Schiffe. Das erste Schiff, was man erst gar nicht vermutet, ist hier vorne dieses grüne. Hier, das ist das Deck eines Schiffes, die nach Langenhoek hin und her fahren. Die haben alle dieses grüne Deck. Da sieht man die Schweißnähte und da stehen die ganzen Leute drauf. Und dann sieht man hinten ein anderes Schiff. Und wenn man genau hingucken kann, dann sieht man, dass dieses Schiff in das vordere Reihen gefahren ist und quer drauf hängt und hinten sogar festgemacht worden ist auf diesem Schiff. Also eine ganz seltsame Situation. Irgendwas ist da passiert. Hinten sind noch dunkle Wolken. Die sieht man am Horizont. Ja, und davor stehen Leute hier auf diesem ersten Schiff. Und die gucken alle irgendwie in die Gegend oder gucken, was mit ihrem Koffer gerade los ist. Fast niemand unterhält sich. Irgendwie eine fast gespenstische Atmosphäre. Ganz ruhig, als sei überhaupt nichts los. Und hinten war oder ist die Katastrophe. Und das Zweite, das fällt hier vorne auf, wenn man da hinguckt. Ein weißer Tisch und an diesem Tisch Stühle. Und die stehen alle so da, als ob da gerade Leute weggelaufen sind. Ganz fluchtartig. Alles steht noch irgendwie rum. Manche haben ihre Gewänder dagelassen. Also ein seltsames Bild. Und rechts, wenn man genau hinguckt, an dem Tisch, da sitzt noch jemand. Man sieht nur die Ärmel und ein rotes Gewand und die Hände. Hermann Buss hat dieses Bild gemalt. 1990 ist es hier in diese Inselkirche gekommen. Er hat nicht eine Deutung festgelegt und hat nicht gesagt, das meine ich, sondern er lässt uns ganz viel Freiheit. Und ich will Ihnen heute einfach erzählen, was ich sehe, wenn ich dieses Bild sehe. Das Erste, diese dunklen Wolken im Hintergrund und dieses gestrandete Schiff. Eine bedrohliche Situation. Irgendwas Schlimmes ist passiert und niemand regt sich auf. Ist das nicht seltsam? Oder erkennen wir das vielleicht? Wir sind in der Klimakrise. Wir wissen, das können wir uns nicht mehr lange leisten. Aber jetzt ist ja Corona und den Wahlen geht es ja irgendwie wieder besser. Und keiner regt sich mehr auf. Die Fleischindustrie, wir haben gerade mitgekriegt, was da alles los ist. Und alle sagen, nein, es muss sich ändern. Aber ich bin mal gespannt, was in einem halben Jahr ist. Ob wir dann bereit sind, mehr für das Fleisch zu zahlen. Oder ob man sich wieder gewöhnt dran. Wir nehmen halt die Sonderangebote. Ist uns völlig egal, wer dafür arbeitet. Und wenn man sich anguckt, wie wir sowieso die Tiere halten, dann wird man wahrscheinlich in 100 Jahren sagen, niemals haben Menschen so schlimm die Tiere gehalten, wie zu dieser Zeit. Früher ging es gar nicht und später haben sie es hoffentlich kapiert. Aber man gewöhnt sich dran. Die Evangelische Kirche in Deutschland hat gerade wahrgenommen, dass ganz viele Leute ausgetreten sind. Sie hat auch elf Leitsätze formuliert, weil man merkt, es geht alles nicht mehr so weiter. Aber werden wir das ändern in den Gemeinden? Wird irgendwas Neues aufbrechen? Werden wir irgendwas kapieren? Oder sagen wir, nein, wieso? Das ging doch immer. Das wird schon weitergehen. Menschen ertrinken im Mittelmeer. Manchmal erschrecken wir und sehen es. Und dann sagt man, naja, so ist es halt. Kann man nichts dran machen und das Leben geht weiter. Und manchmal ist es auch im eigenen Leben so. Irgendwas läuft schief. Man ahnt, dass es so nicht lange weitergehen kann. Aber man gewöhnt sich dran. Und dann ist alles wieder gut. Corona, das regt uns noch auf. Ja, das hat uns noch richtig erwischt. Aber die ersten Stimmen sagen auch, nu kommt mal, bleibt mal locker, ist doch alles nicht so schlimm. Das ist irgendwie eine menschliche Angewohnheit. Man gewöhnt sich an alles. Und das ist ein bisschen auch schrecklich. Ich dachte an den Satz, den Jesus mal gesagt hat, in einem der Evangelien. Und da heißt es, er ging durch ihre Dörfer und Städte und als er das Volk sah, jammerte es ihn. Denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Nürten haben. Und so laufen die hier auch rum. Wie vielleicht auch manchmal. Ja, und dann noch das andere, was so richtig auffällt an diesem Bild. Und das ist dieser Tisch. Man kann schon mit dem Licht anfangen. Wenn man ganz oben in dem Bild anfängt, sieht man, es ist ganz hell. Und dieser Lichtstrahl geht runter, der trifft das Kreuz, da in der Mitte auf diesem gestrandeten Schiff. Und dann spiegelt er sich unten auf dem grünen Deck. Und am meisten strahlt er hier vorne an dem Tisch, an diesem seltsamen Tisch. Was heißt das in einem Bild? Das Licht ist da, das heißt Gott ist da. Vom Himmel kommt es auf die Erde. Er ist in diesem ganzen Durcheinander da. Und sein Licht ist zu sehen. Und er gibt Kraft. Und er ist mittendrin. Und die Frage ist, entdecken wir das? Merken wir das? Der, der hier vorne an diesem Tisch sitzt, an diesem hell erleuchteten Tisch, mit rotem Gewand, das könnte Jesus sein. Er ist an dem Tisch sitzen geblieben. Er sitzt an dem Tisch. Und da ist noch viel Platz an diesem Tisch. Was ist da eigentlich passiert? Sind die Menschen geflohen? Ist das praktisch wie bei der Kreuzigung? Da heißt alle Jünger verließen ihn und flohen, was ist eigentlich los an diesem Tisch hier vorne? Wer hat hier seinen Platz verlassen? Wer gehört da eigentlich hin und hat gesagt, nein, ich will nicht, das ist mir alles zu anstrengend. Ich gehe weiter. Dieses Bild stellt Fragen, aber gibt keine Antworten. Die Antworten müssen wir geben. Und eine Antwort, die wir geben können, das ist, wenn man genau hinguckt, man sieht in dem Bild diesen weißen Abendmahlstisch und man sieht hier vorne den Abendmahlstisch hier in dieser Kirche. Also, da ist Jesus damals, auf diesem Schiff wird es gezeigt, und in dieser Kirche hier in Langeoog sagt man, ja, wir wissen, dass er da ist. Und wir lassen das nicht einfach offen, sondern er ist mitten unter uns. Und das sieht man erst mal in Brot und Wein. Unser Küster, Dominik Seifert, stellt es mal auf den Tisch. Brot und Wein. Und das feiern wir im Abendmahl mit den Abendmahlsgeräten. Und da wird uns deutlich, er lässt uns nicht alleine, sondern er ist bei uns und er begleitet uns. Und er sagt, ihr braucht mich und ich will für euch da sein. Und ich will mit euch gehen und ich lasse euch nicht allein. Es steht in einem der Evangelien, Jesus sagt, mich hat herzlich verlangt, dieses Abendmahl mit euch zu essen. Und so geht es ihm auch. Er freut sich, wenn man das nicht einfach offen lässt, wie es in dem Bild ist, sondern wenn man wahrnimmt, er ist da in der Mitte und er lädt uns ein. Und wir können Gemeinschaft mit ihm haben. Und wir können da alle an diesem Tisch sitzen. Da ist noch ganz viel Platz. Und er sagt, ich freue mich, wenn ihr da seid und wenn ihr zu mir kommt. Und dann wird noch was anderes passieren. In dem Moment, wo wir bei ihm am Tisch sitzen, da werden wir auch miteinander spüren, dass wir Freunde sind. Also ich habe jetzt hier nur ein paar Teller hingestellt. Im Ernstfall gibt es dann da Teller und dann gibt es was zu essen und dann sitzt man im großen Kreis und Jesus ist dabei. Und wir sind Brüder und Schwestern und wir gehen dorthin an diesen Tisch und wir feiern und wir überlegen, was macht man eigentlich mit einer solchen Welt, wo die Menschen manchmal rumlaufen wie Schafe ohne Hirten. Und die vergessen haben, wozu sie eigentlich da sind. Und dann können Ideen ausgetauscht werden. Das machen die lange Oger hier in ihrem Presbyterium oder mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und mit all denen, die dazugehören. Wie können wir in dieser schwierigen Corona-Zeit Gottesdienste feiern? Wie können wir Menschen erreichen? Wie können wir was von der Liebe Gottes weitergeben? Das machen wir in Halle, Westfalen, wo ich herkomme. Da wird überlegt, wie kann man die Menschen erreichen, die sich jetzt gerade zurückziehen. Was machen wir mit denen, die zum Mittagstisch gekommen sind, aber jetzt zu Hause bleiben müssen? Wie soll das weitergehen im nächsten Sommer oder in diesem Sommer, wo eigentlich alle nach Norwegen wollten und eine Freizeit machen? Was tun wir jetzt für die Menschen? Man sitzt am großen Tisch und plant miteinander, heute leider auf Abstand, aber irgendwann wird das ja vielleicht auch nochmal anders werden. Und wir gucken einfach nach vorne und sagen, so Herr, du bist am Tisch und wir sitzen jetzt auch hier. Und da ist immer noch Platz, da kann immer noch jemand dazukommen. Und was machen wir? Welche Ideen kommen noch? Bernd Eintor-Bäumer, unser Pastor, der hat ja immer so tolle Projekte. Rumänien, so eine alte Burg aufbauen, damit da Leute füreinander da sein können. Ich glaube, der würde sagen, weißt du was, wir machen das Schiff flott da hinten. Das kriegen wir wieder in Gang und dann bringen wir das zum Mittelmeer, wie die EKD das jetzt ja gemacht hat. Und fangen an, Menschen zu retten und lassen sie nicht einfach ertrinken. Und solche Ideen würden uns kommen und es wäre eine ganz lebendige Gemeinde. So wünscht sich das Jesus. In dem Bild ist es eine Frage. Und hier am Altar und zu Hause in jeder Gemeinde, wo wir herkommen, da kann es eine Wirklichkeit werden, wenn wir uns dem nicht entziehen. Wenn wir nicht dabei stehen bleiben und sagen, mal gucken, was die machen. Sondern wenn wir sagen, was heißt die machen, wir gehören doch dazu. Und wir machen mit und wir gehören zu Jesus und wir gehören zu Gott. Und wir überlegen, wie wir leben können, damit andere was davon haben und damit wir seine Kraft spüren. Sein Licht leuchtet von oben rein über das Kreuz, über dieses Deck, auf den Tisch und bis hier auf den Altar. Und wir können dazu gehören an den Tisch Jesu, an den Tisch der Brüder und Schwestern, die miteinander planen. Und können solche Leute sein, die selber ein bisschen von diesem Licht, das von Gott kommt, weitergeben an andere Menschen. Bleiben Sie behütet und nehmen Sie dieses Licht wahr und lassen Sie uns selber lichter sein in dieser Welt. Und wir sehen uns, wie wir sehen uns, wie wir sehen uns.